Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Infovideo hier auf unserem Kanal und ich muss einfach mal sagen, es freut mich unfassbar, dass das Projekt so gut ankommt. Ich glaube, wir hatten dieses Jahr auf jeden Fall wahrscheinlich auch die letzten 2-3 Jahre kein Projekt, der so viele Aufrufe bekommen hat, wie das Huawei 4 Projekt aktuell, zumindest nach 7 Parts noch. Wir haben öfters mal Projekte, die haben zwar um die 10.000 Aufrufe, aber halt im ersten Part und dann hört es auf. Und hier sind die Leute echt gut dabei, also euch scheint es wirklich zu gefallen. Ich habe mir auch mal die Statistik angeguckt, also 40% der Leute, die die Videos anklicken, schauen die bis zum Ende durch. Das ist ein unglaublich toller Wert. Deswegen werde ich versuchen, dieses Projekt natürlich weiterzuführen und deswegen gibt es auch einen Livestream und zwar am 12.12. um grob 19 Uhr. Ich bitte die Spieler um 18.30 Uhr da zu sein, aber das erkläre ich euch später noch, davor möchte ich noch einmal kurz erwähnen. Wir haben noch ein Gewinnspiel am Laufen, das läuft heute noch und vielleicht noch morgen, vielleicht verlängern wir es ja ein bisschen. Aber wir haben aktuell ein Strategiespiel-Bundle zu verlosen. Das ist Teil von dem Alliance Adventskalender. Darüber werde ich vielleicht noch im Livestream reden, aber ihr könnt euch das Video ja mal anschauen. Es war auch sehr interessant, was Yannick da angesprochen hat und wir fanden eure Kommentare vor allem sehr interessant und da würde ich mir wünschen, dass noch ein paar mehr dazukommen. Gut, ja, also HWI 4, ihr kennt es ja vielleicht, wie es inzwischen läuft. Ich habe das Ganze sogar heute mal ein bisschen früher veröffentlicht, also den Link zu der Anmeldung, deswegen ich fünf Anmeldungen habe. Ich kann euch mal zeigen, wie das hier ausschaut. Also ich sehe da immer nur so, ja, grobe Statistiken, die ich mir dann später in der Excel-Tabelle ausgeben lasse. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Also es sieht hier immer sehr, sehr nüchtern aus und da sind dann die Antworten auf die Fragen drin und ich muss dann immer diese Excel-Tabelle noch schön hinziehen, dass man überhaupt was sieht und deswegen dauert es zuweisen manchmal auch eine Weile. Also es ist durchaus immer ein Aufwand, aber gut, ich habe aber dafür versucht, für euch den Aufwand möglichst gering zu halten. Hier kommt übrigens noch das Infovideo jetzt rein, dass ich jetzt aufnehme, dass ich quasi noch einen Platz halte. Ihr habt hier die Mod, die Mod ist wichtig unter TeamSpeak. Dann könnt ihr angeben, ob ihr schon mitgemacht habt, ja oder nein. Je nachdem, was ihr anwählt, kommt ihr auf eine andere Seite. Also wenn ihr bereits mitgemacht habt, dann wählt ihr einfach nur und die Nation weiter spielen wollt, dann wählt ihr einfach nur die Nation aus, die ihr gespielt habt und macht weiter, wenn ihr auswählt, dass ihr noch nicht dabei wart, dann meldet ihr euch ganz normal an. Ich denke, das ist inzwischen bekannt. Zur Anmeldung muss ich nicht mehr viel sagen, ich habe es ein bisschen verkürzt, ein paar Sachen angepasst. Ich will noch auf die Nation eingehen, aber wir werden wahrscheinlich nicht balancen müssen, weil es ein bisschen kritisch war. Übrigens, morgen kommt der achte Part, so weit habe ich ja aufgenommen. Also morgen kommt der letzte Part, dann sind wir aktuell und übermorgen kommt dann schon der Livestream. Das ist also dieses Mal sogar ziemlich optimal gelaufen. Mit ein paar Lücken, also heute kommt zum Beispiel keins und vor zwei Tagen kam kein Part. Muss ich ein bisschen strecken, aber ich denke, so passt es auch. Ich habe auch gemerkt, wenn ich ab und zu mal kleinere Pausen mache, dann steigen die Aufrufzahlen weiter. Also ich überlege mir, dass ich vielleicht in Zukunft generell nur noch fünf Videos pro Woche bringe, anstatt sieben. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, falls ihr da eine Meinung zu habt. Aber auf jeden Fall, wir werden das ein bisschen balancen. Das heißt, nur weil ihr die Nation irgendwie hier angebt, heißt das nicht, dass ihr die spielt. Ich werde euch noch rechtzeitig sagen, welche Nation ihr spielt und ihr werdet in eurem Bündnis bleiben müssen. Also ihr könnt jetzt nicht den Russen spielen und euch mit Deutschland verbünden. Das macht natürlich gar keinen Sinn. Die Admins werden auch sagen, okay, wenn ihr jetzt eine Nation spielt, die noch neutral war wie Italien, da werden wir noch schauen, okay, auf welche Seite geht Italien jetzt tatsächlich. Und das müsst ihr dann natürlich auch so umsetzen. Genau. Ansonsten gibt es nächstes Mal wieder ein sehr, sehr großes Community-Projekt. Und übernächstes Mal spielen wir vielleicht mal ohne Mod oder mit einer ganz verrückten Mod und dann wirklich ohne Regeln. Ich wollte es diesmal ja auch versuchen, aber ohne Regeln, da darf ich einfach nicht zehn Leute mitspielen lassen. Da muss die Anzahl der Leute wirklich einstellig sein, maximal. Also eher so drei, vier Leute, dann kann man sowas mal machen. Aber gut, Howie 4 kommt auf jeden Fall in Zukunft auch weiterhin, weil es wirklich, wie erwähnt, mit Abstand das erfolgreichste Projekt auf unserem Kanal aktuell ist. Und sogar erfolgreicher als Rouge. Und das hat schon lange nichts mehr geschafft. Aber ich versuche, nächste Woche vielleicht auch nochmal Rouge aufzunehmen. Vielleicht sogar am Donnerstag. Aber gut, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Außer, dass ich mich auf euch freue. Es, wie erwähnt, um 19 Uhr hoffentlich losgeht. Die Spieler sollten natürlich alle ein bisschen früher da sein. Wir versuchen das Projekt natürlich, vielleicht nach dem Ersten Weltkrieg, sogar weiterspielen zu können. Das kann man ja mal versuchen, wie weit die Mod da mitgeht und wie man das zeittechnisch schafft. Aber ja, das war es jetzt soweit von mir. Ich hoffe, wir sehen uns am Donnerstag um 19 Uhr. Und bis dahin. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao, Leute. Ciao. Ciao, Leute. Vielen Dank.